Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir zwei brauchen nicht einmal in Frankfurt zu sein. Es reicht schon, solidarische Grüße aus Stuttgart zu senden, ohne seinen Personalausweis in der Tasche zu haben. Warum ich keinen Personalausweis in der Tasche habe. Ich habe mein Geldbein verloren. Scheiße! Das ist auch der Grund, warum ich nicht in Frankfurt bin. Ich brauche nicht hinzufahren, um mich nur festsetzen zu lassen. Anti-Kapitalisten lieben Anti-Kapitalisten.